Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Sector. Und wir sind immer noch hier. Ich habe jetzt schon ewig nicht mehr im Game. Ich hoffe ich habe es noch drauf. Versprechen kann ich nichts. Das riecht ja nahezu noch. Ich bin auch leicht übermüdet. Ich habe nicht so gut geschlafen. Leute, wo ist das Viech jetzt hin? Ah, ich hasse diese Mistviehchen. Boah, das war so fucking close. So. So. Oh, alter. War es das jetzt? So, ich werde mal die Sounds noch ein bisschen reduzieren. So. Das war das Geschrei noch zu laut ist. Weil das geht auf Dauer echt auf die Ohren. Ich habe zur Zeit eh so ein bisschen Probleme mit meinen Ohren. Durch meine chronische Nasennebenhöhlenverstopfung, Entzündung. Da geht mir das alles eh ein bisschen auf die Ohren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. So ist jemand, der mich nerven will. Ach, das ist ja. ich will den gar nicht im Nahkampf begegnen das war wieder so eine Aktion und für mich wieder ein Grund mehr diese Bücher zu hassen man hätte ich gewusst dass das Spiel so die 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 Das ist ein Geflogen. Irgendwas atmet hier noch schwer. Irgendwas. Ich will auch so einen coolen Arm, verdammt. Er speichert, es ist kein gutes Zeichen. Hey, mein wieder Mensch. Oh, ich finde es schön, mal wieder Menschen zu sehen. Tut das gut, Leute. So. So. Uhhh. Ach nee, was da? Das war's. Kommt der jetzt, oder? Kommt der jetzt. Ich will trotzdem mal das Maschinengewehr mitnehmen. Ich glaube, das Maschinengewehr wird mir eine unterwegs nützlicher werden. Als dem, der es jetzt da tot mit sich rumschleift. Also wenn ich mir die Gegend hier so anguck... Das riecht ja förmlich nach. Okay, doch nicht. Ich dachte, wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Jetzt müssen wir bloß in den Tunnel rein. Ah, cool. Ah, nicht so cool. Wir wissen doch alle, dass da jetzt gleich... Okay. 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 Hm. immer hinten rum und schauen wir mal den Glade auf Aiden, wo müssen wir hin? Ich kapiere das Level-Design schon wieder nicht. Okay. Kann sein, dass wir da rein müssen? Nein. Okay, bis hierher hat eigentlich alles fast ganz gut geklappt. Jetzt bin ich verwirrt. Nein. Nein. Aber das... Es erhält mir als logisch der Erklärung erscheint, dass wir dahinter müssen. Dafür müssten wir eigentlich das Rohr kaputt machen. Dann holen wir uns jetzt mal ein Eis gleich. Okay. Okay. Wird schon ruhig weiterschieben können, Hayden. Ich war alles, aber darauf war ich nicht vorbereitet. Okay. 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 wir kommen jetzt hinterher. Ähm. Ja. Es sieht aus, als ob wir gleich einen mega harten Bossfight zu kämpfen haben. Was hat man da oben alles? Präzision. Achso. Raufen. Was können wir uns denn kaufen? Spectrum, der Hammer. Oh Mann. Warum hat der Röster jetzt so viele schöne Waffen im Arsenal? Tut mir leid, Yankee. Ja. Ich hab gutes Material. Nehm aber keine Kreditkarten. Keine... Verzeihung. Okay, wir gehen mal raus. Wie gesagt, ich bin leicht krank. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ah. Taschenlampe F. Oder? Ah. Okay. Cool. Wusste ich gar nicht. Okay. 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 Peace. Peace. ein Bau kein Mist jetzt so warst du es jetzt ich hoffe irgendwas schleicht hier noch rum aber was das ist erfahren wir wohl erst in der nächsten Folge bis dahin auf Wiedersehen